Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Abend. Heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault, das ist der zweite in The Wolf Inn und ich würde sagen, wir schauen mal rein, was ich da so drin habe. Ich war einmal unterwegs mit meinem Druid, jetzt schauen wir mal, ach, machen wir mal auf DT. Und habe letzte Woche noch ein bisschen im Plus gespielt mit dem, war auch in den Dells bzw. im Raid, also wir müssen alle Slots ausgefüllt haben. Habe auch mittlerweile den Vierer-Set-Bonus über dieses Token, was man über ein Plus bekommt, wenn man einen 2K-Score hat. Und dementsprechend, ich brauche jetzt nicht mehr unbedingt ein Set-Token, sondern, ja, ehrlich gesagt, wäre es am besten, wenn ich ein gutes Trinket kriege. Vielleicht das auf einem hohen Item-Level, aber naja, ob wir das natürlich kriegen, ist die Sache. Und sonst, ja, halt alles, was irgendwo ein höheres Item-Level hat, wäre ganz gut, ne. Jetzt schauen wir mal. Juti, dann würde ich sagen, schauen wir rein. Ich habe übrigens auch noch mit ein paar anderen Chancen-Volt geholt, aber das gucken wir uns dann im Nachgang an. Jetzt hoffen wir erstmal, dass mit Main was Vernünftiges drin ist und dann schauen wir mal. Okay, also wir haben alle Slots ausgefüllt und das Erste, was wir hier hätten, ist einen Rücken mit Crit und Mastery. Finde ich nicht gut. 610. Dann haben wir ein 613er Hals, Crit-Tempo. Taugt eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Und dann haben wir hier aus Normal, 600er Item-Level, Natalya, Crit-Tempo ist auch kacke, ehrlich gesagt. Das ist die erste Reihe, kann ich schon mal kriegen. Uh, das ist die Biss-Waffe. Ah, ich muss die eigentlich fast nehmen, ne. Das ist die Biss-Waffe. Die hat halt das gleiche Item-Level wie mein Teil, nur hat es halt den Prognet drauf. Ja, es wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Das ist, ja, das ist die aus dem Dungeon, die progt. Okay, dann schauen wir schon aber trotzdem noch weiter. Also die Brust kannst du eigentlich knicken, ist kein Set. Der Ring, Crit-Mastery. Ja, ist jetzt auch nicht so geil, wäre natürlich vom Item-Level ein gutes Upgrade. Dann, ähm, haben wir einmal, äh, Set-Burst. Die gleiche habe ich an, brauchen wir nicht. Dann habe ich ein Trinket. Und ich glaube, die beiden sind eher kacke. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, es ist eigentlich alles kacke und wir haben die Biss-Waffe drin. Ähm, ist ein No-Brainer. Was mich halt ein bisschen ärgert, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe eine Waffe extra abgegradet auf hier, ähm, 6,19. Jetzt wechsle ich quasi eine 6,19er-Waffe gegen eine 6,19er aus. Aber es ist halt die Biss-Waffe und, ja, kommt Scheiß drauf. Die kann ich auch bloß noch zweimal upgraden, ne? Also, ähm, viel Spielraum ist nett. Schade, dass ich die jetzt aus dem Achter habe. Hätte ich doch noch einen Zehner gespielt letzte Woche. Aber ich dachte mir, komm, die 2K-Rating für die erste Woche, das reicht und gut ist. Naja, gut. Also, es ist ein No-Brainer. Wir nehmen die Waffe. Und dann würde ich sagen, packe ich auch gleich die Verzauberung drauf, dass ich das nicht vergesse. Weil die Waffe, die ich, ähm, halt jetzt hier hatte, die ist halt auch super, ne? Die hat halt bis jetzt, das ist so, ja, von dem halt die zweitbeste Waffe. Und jetzt habe ich quasi die beste Waffe, ne? Weil die noch diesen extra Proc drauf hat. Jetzt schauen wir mal, dass wir da noch gleich die Verzauberung kaufen. Wahrscheinlich ist die wieder relativ teuer. Ja, ich habe mir da extra eine, eine Rang-3-Verzauberung gekauft gehabt, weil ich dachte, ähm, dass ich die jetzt eine Weile anlassen werde. Was haben wir hier denn? Der Tiefen habe ich mir gekauft. Äh, Tiefen. Alter, für unsere... Ach, naja, gut. Was tut man nicht alles für eine gute Waffe? Soweit ich das jetzt gesehen habe, brauche ich aber die Mythic-Marken, um die Waffe noch weiter abzugraden, ne? Also, kann ich da leider eh nichts machen. So, und dann machen wir das jetzt hier mal beim Mythic-Set. Und ich hoffe, der Proc macht auch ordentlich Schaden, dass er das jetzt rentiert hat. Also, ich muss sagen, klar, äh, Best in Slot-Waffe ist natürlich schön, aber irgendwie, ne? Hätte ich auch gern ein bisschen mehr Item-Level gehabt, ne? Irgendwie so ein Ring oder Handgelenk oder so auf 6,19 wäre natürlich auch nicht schlecht. Jetzt gucke ich mal. Ja, genau, da brauche ich die ganz großen Marken. Also, die habe ich aktuell noch nicht. Ah, mal gucken. Vielleicht kriegen wir die noch. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter auf den nächsten Char. Als nächstes haben wir hier den Worry. Den habe ich ja jetzt einfach die letzten Male ein paar Mal mitgezogen in den Delves. Also, mit meinem Main laufe ich halt in den 8.11 und das ist hier ein Char auf dem 2.3-Account. Der steht halt am Anfang AFK, ne? Dadurch, dass er eigentlich nichts gemacht hat, hat er schon relativ gutes Gear. Und zwar haben wir das letzte Mal, glaube ich, hier das 6.16er-Ding rausgezogen. Und, ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was drin ist. Vielleicht kriegen wir noch ein Set-Teil. Das wäre fürs T-Mock und fürs Gear gut. Also, ihr seht, ah, der Dungeon. Wann war ich denn im Dungeon drin? Ach, ich war Timewalker. Ja, jetzt kommt es mir gerade. Klar, ich habe Timewalker gemacht, um Timewalker-Gear zu holen. Und ich habe den, wie gesagt, mitgezogen. Ja, gut, das ist ein No-Brainer, ne? 6.16er-Kopf, was haben wir? 5.64, also, da brauchen wir nicht lange drüber nachdenken. Jetzt hat er sogar ein 2er-Set-Bonus. Theoretisch, der hat ja sogar auch noch beide Charges im Katalysator. Also, die Woche müsste noch mal ein Charge kommen. Ach, das ist eine Schulter, nicht, das ist ein Kopf. Theoretisch könnte ich jetzt auch noch Items in Set umwandeln. Die spare ich mir aber erstmal noch, weil, wie gesagt, das Gear mit dem Char ist mir jetzt nicht so wichtig. Da mehr T-Mock rauszuholen, ist, glaube ich, relevanter. Deswegen mache ich das im Nachgang dann. Aber, äh, da kann ich nichts sagen. Jetzt hat er schon 2 Z-Teile. Wunderbar. Jut, dann gucken wir weiter zum nächsten. Der nächste Char ist hier mein Hexenmeister. Und mit dem war ich tatsächlich auch im Delft unterwegs. Ähm, der ist auf dem selben Account wie mein Main. Dementsprechend konnte ich den nicht durchziehen. Mit dem habe ich selber Delfts gemacht. Und zwar wollte ich eigentlich ein paar Shadowlands Raids laufen. Und dachte mir, hm, jetzt machen wir kurz ein paar Delfts, dass er ein bisschen Gear kriegt, dass das einfacher geht. Und, ja, den habe ich jetzt ein bisschen equipped. Hatte erst einen 5er Delfts probiert. Das ging ohne Probleme. Da hatte ich noch 5,70er Gear. Und dann dachte ich mir, jetzt machst du mal 8er. Und, ich weiß nicht, selbst als Idee, die 8er Delfts waren relativ easy. Also, das war gut machbar. Dann habe ich ein paar Items gekriegt, die nur abgegradet. Und jetzt ist der auf, ähm, 96. Das ist halt die Kacke, ne? Ich habe halt, ähm, im Endeffekt ein, äh, ich habe drei 8er Delfts gemacht. Am Anfang ein 5er, ne? Sonst hätte ich jetzt hier auch noch einen hohen Ring. Das ist jetzt natürlich belastend. Ich habe schon ganz gute Schuhe. Vor allem, ich habe mir da was gecraftet. Und, ja, jetzt muss ich mir überlegen. Ne, ich muss eigentlich das 6,16er nehmen, ne? Sonst wäre der Ring halt auch 6,16er. Dann hätte ich halt den genommen. Den blauen hier weggebracht. Ja, gut, verliere ich meinen Set-Bonus. Schade aber auch. Schade, schade. Hier habe ich schon noch andere Schuhe gekriegt. Na, komm, wir nehmen die Schuhe. Egal. Egal. Der Tempo. Einen armer Set-Bonus. So, okay. Naja, auch wieder ein Upgrade für den. Ah, als nächstes haben wir dann den DK. Äh, das ist auch einer vom 2. Account, den ich halt einfach mitgezogen habe. Jetzt immer. Der hat auch schon relativ gutes Gear dafür, ne? Teilweise bessere Ringe als mein Main. Weil er halt einfach Lack hatte. Auch im Timewalker-Raid. Aus dem Beutel. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier Schickes drin haben. Okay. Ach, den hatte ich nur... Den hatte ich nur zwei Dinger mitgezogen. Super. Jetzt hat er natürlich noch einen Ring drin. Ähm, das ist wahrscheinlich wieder aus dem Timewalker. Tja, ich könnte natürlich auch die Waffe nehmen. Da ist auch noch mal ein Ring mit einem Sockel. Also wenn, dann nehme ich einen 6-16er-Ring. Ich habe einen 6-13er und einen 6-10er-Ring. Auch keine Ahnung, was da gute Stats sind. Ich sage es euch ehrlich beim DK-Tank. Oder wir nehmen die 5-93er-Waffe. Eigentlich wäre die Waffe wahrscheinlich das größte Upgrade. Aber aus den Delves kriege ich im Endeffekt eh 603er-Items raus. Und wenn ich da mal eine Waffe drin habe, dann ist die eh besser. Kommen wir neben den Ring. Keine Ahnung, ob die Stats gut sind. Aber Item-Level ist auf jeden Fall höher. Dann tauschen wir den 610er durch den 616er aus. Weil ich hätte die Waffe für T-Mog nehmen sollen, merke ich gerade. Ach, naja, egal. Stimmt, das wäre eigentlich noch cleverer gewesen. Naja, so viel dazu. Ich habe nämlich lauter Einhand-Waffen mit dem, weil ich dem, glaube ich, auf Frost gestellt hatte. Deswegen fehlt dem noch eine Zweihand-Waffe. Dann sind wir als nächstes auf meinem Priester. Und mit dem habe ich eigentlich kein Endgame gemacht. Also kein Endgame-Zeug. Ich müsste einen Vault über Open-World-Content bekommen. Ich schaue immer noch, dass ich dieses Wellen-Event unter anderem mache, um das Mount zu kriegen. Und darüber gibt es halt was. Ah ja, schau mal an. T-Set, T-Mog ist auch noch mit dabei. Wunderbar. Also, selbst wenn man irgendwelche World-Quest-Content macht, gibt es ja mittlerweile einen Vault. Eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Juti, dann müsste ich noch einen Char haben. So, dann haben wir jetzt hier noch den Magier. Auch der hat nur Open-World-Content gemacht. Vielleicht laufe ich demnächst auch mit dem, die Delves. Da muss ich ja eh für ein Achievement einiges machen. Also ein bisschen Gier wäre nicht schlecht. Und, ah, auch ein T-Set. Ja gut, ist vom Item-Level jetzt nicht besser. Aber T-Set ist natürlich nicht schlecht zwecks T-Mog. Und dann auch ein bisschen Charakterstärke. Was mir jetzt gerade einfällt, eigentlich müsste ich doch schon diese Marken haben. Genau. Seht ihr? Um das Teil abzugraden, dann kriege ich noch einen T-Mog raus. Das könnten wir doch machen. Hätte ich jetzt bei dem Priester auch machen können. Schauen wir mal kurz mal. Also, angelegt haben wir es. Ab einem gewissen, ich glaube bei 5 von 8 hat es immer dann das nächste T-Mog-Ding gegeben. Naja, seht ihr, jetzt habe ich Normal auch. Okay, das könntest du jetzt noch höher upgraden. Theoretisch können wir es auch gleich auf Max upgraden. Was anderes mache ich mit den Marken eh nicht. Der 606er-Burst. Naja, ist doch schon mal nicht schlecht. Gut, das waren jetzt meine 6 Chars. Bin halbwegs zufrieden, muss ich sagen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so drin hattet. Und halt habt ihr auch irgendwas richtig Gutes rausgezogen. Und sonst sehen wir uns gern im nächsten Video wieder. Habt mich voll, dass ihr dabei wart. Euer Telar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.